Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Hey, Heribert, na? Wie geht's dir? Hi, na? Heribert, wenn du mich jetzt tötest, dann fahr ich zu dir nach Hause. Okay, okay. Ich bin gespannt. Das würde ich sogar von Heribert erwarten, weil das hat er in der letzten Zeit ganz schön oft gemacht. Du warst mich töten? Heribert. Er ist es halt wirklich. Er ist es halt wirklich. Wo seid ihr? In der Küche. Ich hab Heribert erschossen, weil ich dachte, das ist Heribert. Was ist los? Die Küche ist explodiert. Dann war's Paul. Dann hat Paul den Orbital Laser abgeschossen, wenn ihr euch beide beobachtet habt. Heribert hat mich nicht gesehen, möchte ich mal dazu sagen. Heribert hat mich nicht gesehen. Ich bin gerade im Foyer. Da war noch jemand bei Heribert. Ich weiß nicht, wer es war, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, wer ist das? Auf einmal ist die Küche explodiert. Heribert, es tut mir leid, okay? Ich dachte, du bist es. Ähm. Hm, hä? Die Kü... Also, Kevin, folgendes. Ich bin rein und habe gesehen, wie die Küche explodiert ist. Und Heribert hat keinen Schaden genommen und deshalb habe ich ihn angeschossen, weil ich dachte, er war's. Also auch für Paul. Das Problem ist gerade, Paul ist... Hä, Flo, ich bin hinter dir. Ich seh dich gerade. Wo? Hinter dir! Ah! Vor dir! Jungen, ey. Also, irgendjemand war aber bei mir. Ah! Jemand hat das Licht ausgemacht. Hilfe! Hä, was? Aber das Licht... Hä, wer hat das Licht ausgemacht, ist die Frage. Ich. Okay. Irgendwie... Ich habe doch irgendwen hier unten gehört, oder nicht? Ich bin ein Schlawiner. Ah! Okay. Uh! Hey, geh weg, Paul. Geh weg. Geh weg. Paul! Paul, ist es! Paul, ist es! Ich hänge an der Tür fest. Na, ist doch klar, dass ich es bin. Hä? Das hätten wir schon lange geklärt. Nein, hatten wir nicht. Ich habe mich nicht gesehen, wer es war. Ob du es warst oder ob es He... äh, Kevin war. Na, bei He... wird es halt tot, ne? Äh, Kevin, mein... Ach so, warte mal. Das bin ich, Flo. Ich dachte, dass du... Ach so! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Habe ich das getroffen? Wenn, dann tut es mir leid. Paul, ist oben! Ja! Oh, ne Waffe! Oh Gott! Oh, von da. Na ja. Gott! Nun gut. Was ist denn das gewesen in der Küche, Paul? Obel des Draglaser? War es denn? Nein, war es nicht. Okay, nicht. Das war nicht. Deswegen war ich ja verwirrt. Was hier da labert. Es ist auf einmal alles explodiert hier. Ja, es war Molotov einfach. Ach so! Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass jemand hinter hier, Riebert, stand und aber nicht gesehen, wer es war. Hm? Das passiert gern mal. Ich schmeiß beim Waffen nochmal weg. Äh, bei euch ist es wahrscheinlich Q. Bei mir ist es, ähm, X. Wieso hat sich jetzt der Shad geöffnet? Ah! Das ist Y. Kevin! Ja? Bist du das? Nein! Nein, das ist Paul! Ah, hallo, Vincent. Ah, ist du da? Ich bin der Server. Joinen Sie dem Servo. Ja. Hast du ein Lagerfeuer angezündet? Nee, das brennt schon die ganze Zeit. Das irritiert mich aber auch schon. Witzig, wie alle in der Küche sterben. Ja, flimm. Hallo, meine Waffe ist gesteckt. Hallo, meine Waffe ist gesteckt. Ich habe es gesteckt. Ich habe es gesteckt. Ich habe es gesteckt. Weil die, weil die, weil die, äh, klingst die Runden vielleicht dort. Ach so meinst du das. Ich dachte wir sind hier selten. Naja, die Frage ist ob wir jetzt, äh, Vincent, wenn du innerhalb von 9 Sekunden jetzt, äh, da zukommt. Das schafft er nicht. Naja. 4, 3, 2, machen wir noch eine Runde Vincent, oder was? Ey, wir werden nicht hier töten hier, Paul. Nicht schon wieder. Ja, wir machen noch eine Runde ohne Vincent. Genau, wir machen noch eine Runde ohne Vincent. Jetzt hat die Runde angefangen, oder? Ja. Ja, ja. Jetzt kommt ihr noch im Server. Was habe ich denn jetzt? Eine Walther. Eine Walther? Was ist das denn? Alter, ich schieße mal bei dir. Hey! Ich habe dich gar nicht angeschossen. So. Naja. Alter, das ist alles so ungewöhnt hier. Paul, ne? Ja, ne, ich bin nicht hier. Warte, Heribert, kennst du das noch? Ach ne, warte, wo ist es denn? Äh, wie war das? Sprite? Äh, G? Sprite? 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 Gibt's das noch, dieses Sprite? Gibt's das noch? Gibt's das noch Sprite? Ich weiß nicht. Nein, gibt's nicht mehr. Alles weg. Hat Red Bull alles aufgekauft. Oh, hallo! Ah! Junge! Ich dachte gerade, du schießt auf mich. Ich finde offene Türen einfach nicht gut. Paul? Hallo? Ey, nicht wieder durch den Kamin! Das hatten wir schon mal, das Ding! Ich bin Sander Klaus. So. Hi Kevin! Guten Morgen! Kevin läuft so bitte und ich bin so einer Brichstange durch die Gegend. Alter, Heribert hab ich's mich gerade erschrocken! Alter! Ah! Wer hat das nicht ausgemacht? Hilfe! Ich bin der DJ! Wuuuuh! Was'n Scheiß! Los bei mir! Ich bin sexuell für mich! Aber wo kommt die Musik her? Ich meine, die kommt aus dem Wohnzimmer. Ja, aus dem Wohnzimmer? War das nicht auf dem Dachboden? Hebe! Kommt man eigentlich nochmal auf den Dachboden? Ah, Vini ist jetzt im Spiel drin! Hallo Heribert! Hallo Heribert! Und da lang, ne? Und hier wird's lauter! Na dann komm mit, dann muss es von neben zum Raum kommen, aber... Es kommt von oben! Na es ist doch wo, warte! Wir hatten jetzt den Nebel herfen der DJ Lounge angemacht! Der DJ Lounge? Okay, da hat jemand gerade den... Also Heribert war's auf jeden Fall nicht! Also ich hab grad das Licht ausgemacht! Ich denke, es ist Flo! Ich bin grad auch... Ja, hallo! Ich bin auf... Ich bin auf Dachboden! Ja, eben! Deswegen! Das ist halt das Ding! Weil Kevin... Weil das Ding ist... Ich hab gesehen, wie Kevin grad das Licht ausgemacht hat und deswegen drauf gezielt hat. Ich hab gesehen, dass... Also Maxima Hebe, aber Hebe hat auch gerade eigentlich was anderes... Alter! Wer schießt denn hier? Nicht ich! Das hab ich gesehen! Aber irgendjemand muss ja hier... Sag jetzt im Flo! Okay, dann erschieß mich! Los! Los! Irgendwer brennt da, oder? Oder ist das der Kronleuchter? Irgendwer hat auf mich geschossen, würd ich meinen! Mhm! Ja! Ich denke, Kevin ist tot! Hallo? Machst du da was, Kundenberater? Das macht das Ganze hier viel actionreicher, wenn man das Licht aushört! Hey, na! Ey, 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 ey! Freundchen! Arschloch! Arschloch! Scheiße! Ich wollt grad das Ding aufstellen! Ich wollt grad das Ding aufstellen! Ja! So, jetzt sind wir 5! Ja, jetzt sind wir 5! Ja, jetzt sind wir 5! Ja, jetzt sind wir 5! Oh Gott! Jetzt geht's ab! Freunde der Sonne! Aber hier sind echt wie nicht Waffen oder kommt das nur mir so vor? Nee! Wir sind wirklich extrem viele! Wir sind wirklich viele! Wir sind wirklich viele! Schön, dass ich mal meine Meinung... Ey, 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 ey! Deine Meinung ist einfach falsch! Hä? Hat jemand wieder das Licht ausgeschaltet? Ach, das Licht ist aus! Ach, das Licht ist aus! Hilfe! Äh, Paul! Ne, wer ist das? Hier, Rebert! Okay, irgendwer hat gerade hart geschossen und zwar ein richtig heftig... Ich denke, ich hab mich erschrocken! Ich... Ich sehe nichts! Ach, wie geht denn jetzt das mit der Taschenlampe nochmal? F! Ah! Danke! Weiß nicht wie ne Ruppelkammer bei euch Gut, okay! Lass es jetzt einfach mal so stehen! Jetzt ist die Waffelscheiße! Hat der nur 50 damage gemacht! Achso! Ich hab grad Falsschaden bekommen! Ey, äh... Ach! Hier ist die Queapbox! Wenn du sterbst, ist es Kevin! Ja! Winze, wieso ich das schon wieder finde? Ehhh, das ist Kevin! Ich dachte ja, es geht auf... Ich vergesse immer das Vincent-Mitspiel, darf ich das mal sagen? Oh, hinter dir ist Vini. Ich würde gerade überprüfen, wer da ist. Ich würde gerade überprüfen. Man, könnt ihr bitte das Licht anlassen, Leute. Warum bist du gehört? Das habe ich schon mal gesagt, Flo. Das habe ich nicht gehört. Gehört? Oh Gott. Das war wirklich ganz schön schwieriger. Vincent schieß! Vincent? Wo ist Vincent? Erebet, schreib uns das nächste Mal bitte, wo und wer. Faul? Nein, Kevin, ich bin hinter dir. Und ich versuche gerade, also auf dem Dachboden denke ich nicht. Nee, auf dem Dachboden so dicht schon, Kevin. Ach, da bist du. Ich war ganz hinter dir. Ich suche Vincent. Vincent ist der Meister am Verbarrikadieren, selbst als Traitor. Nein, das sucht für uns eigentlich mal nicht. Eigentlich müssen wir uns einfach... Kevin, wollen wir einfach die ganze Zeit verwirrt im Kreis rennen? Jo, mach ich mit. So, da war er. Kleiner Schlingel, hier. Kevin, möte dich! Der sieht ja Fabulous aus. Du hast ja schon den Job, ne? Uiuiui, Vincent zu seiner Fabulous-Pose. War er im Traitor-Shop. Oh, ich muss nachladen. Ich habe keine Munition mehr. Dropper-Duell, Dropper-Duell. Guck! Wieder auch rumsitzt. Das war heute noch nicht meine... Also, meine schlimmste Niederlage, die ich heute erfahren habe, war, gegen meinen Bruder ein Risiko zu verlieren. Darf ich das mal sagen? Oh, du bist schlecht. Hallo? Mein Bruder ist übel krass ein Risiko. Kann man denn ein Risiko krass sein? Warte mal. Naja, aber die Taktik musst du ja trotzdem gut machen. Na, wer ist hier dieser Traitor? Warte mal, ich muss jetzt mal kurz Kevin wieder leiser machen. Das kann der ziemlich laut. Paul, Alter. Schon wieder runterfallen? Kevin, geh weg. Geh durch die Tür. Geh jetzt durch die Tür. Kevin, 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 geh durch die Tür. Jetzt ist Paul so laut. Jetzt muss ich Paul kurz halten. Okay, Vini, Vini, willst du mal Vini, was willst du? Da hinten kommt jemand da. Kevin will jetzt seinen Thomas aktivieren. Na, was machen wir jetzt? Weg. Leute, ich bin wieder da, Leute. Oh, fuck. Bei Vincents ist Kevin übrigens, und nicht ich. So. Ich hab ich mich grad erstrocken. Ich glaub, Vincents ist jetzt tot. Ist das euer Ernst? Nein. Hi, Heribert. Okay, Vincents. Heribert, Heribert. Alter, ich komm hier nicht durch. Die Mann hat grad gestossen. Ich nicht. Also der Heribert. Heribert. Wenn Vincents jetzt stirbt, dann ist das Heribert. Nö, das war nicht. Okay, du weißt es noch nicht. Wie seid denn hier alle? Ich bin total verwirrt. Ich... Ah, hier geht's raus. Ah, Alter. Leute. Nicht so. Lassen wir mich beim Scheißen. Ich will hier nur in Ruhe scheißen, ja? Ich bin nur mein... Na, Vincents. Ey. Denn... Ich hab noch nicht eins in die Runde... Alter, hab ich mich grad erschrocken. Ich hab dich lustigerweise noch gar nicht gesehen. Ich hab bisher die Runde noch nicht eingesehen. Darf ich das mal sagen? Hallo. Alter. Kevin. Kevin, das machst du nicht doch mal, dass du es knallst. Also... Ich diene gerne, wenn du das gehst. Ich hab auf den Klo gehen, Jungs. Ähm... Hebe? Hier wird geschossen. Wie ist? Hebe, schieß doch auf mich. Hebe geht auf Klo. Hebe wollte ich nämlich auf Klo verbarrikadieren. Lüge, Hebe, das ist Klo 3. Dann guck mal deinen Arsch auf, Alter. Na gut. Hier, du willst ein Duent der Männern? Das kannst du haben. Warte, ich möchte... Was ist das? Das geht mit dir drauf. So. So. Dann bin ich... Ey. Warte, ich will das filmen. Ähm, hier ist ein Turret. Da ist ein Turret. Wo ist ein Turret? Wo ist ein Turret? Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Hebe? Hast du gesehen? Da hinten. Also Paul... Da hinten, wo Paul ist. Ich glaub, er nimmt Gang da. Was ist er denn? Ey, Kevin. Alter, schreck mich nicht. Ich fang da hinten, glaub ich. Weißt du, welch ich nicht meine? Ja, ich seh ihn. Ja, da. Äh, kann man... Kann man... Wie kann man den am besten töten? Ah! Abschiezen oder gar nicht? Kann man den mit einer Inzidenz töten? Ich hab eine. Nee, ich glaub nicht. Du kannst, glaub ich, umkippen. Umkippen. Okay, warte, ich probier's mal. Du kannst raufrennen, die umkippen. Okay. Ja dann sterb ich. Warte mal, in welchen... Warte da sehen Sie, sind Sie drin? Von welchen Bl arts? Hab ich doch gesagt? Ja, ja, ich hab eine Inzidizide rein! Oh, okay. Oh, Alter! Kev ist es Vincent. Kev ist es Vincent. Es ist Vincent. Oh nein! Kev ist es einfach nicht. Der steht einfach in dem Tower, weißt du. Es ist Kevin oder Vincents? Es ist Kevin, es ist Kevin. Ja, doch nicht, Mann. Dann ist es Vincents, kommen wir an Vincents Dann ist es Paul oder Flo Ich bin es nicht Ich bin es nicht Ach, ist es Flo? Was denn? Danke, Heribert, Alter Ich will doch nur Pauls Death confirm Ich hätte... Paul ist durch den Turm gestorben Das hat man gesehen Ich sage, bevor ich gestorben bin Dass es Flo ist, denn er hat da Vorhin versucht, als er Traitor war Hat er da versucht, den Turret aufzustellen in dem Gang Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht Aber du warst exakt in dem Gang und meintest du wolltest was ausprobieren Ja, ich weiß Aber so ging es mir vorhin mit dem Turret in den Teamroom Genau so ging es mir vorhin halt leider auch Nee, 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 ich meine das war auf die vorherige Runde bezogen Weil Flo, da hatte ich ja Flo gekillt in dem Gang Und er meinte, er wollte was ausprobieren oder so in der Art Deswegen war es mir klar, dass Flo in dem Gang Irgendwas aufstellen wollte und hat es wahrscheinlich Jetzt wieder versucht, so das war meine Denkweise dabei Aber der Tor macht ja echt viel Schaden, du bist ja schnell gestorben Nee, ich hatte nur 27 Leben Das stimmt Ich bin runtergefallen am Anfang der Runde Das mindert ein Erfolg Jetzt nicht Sehr gut, Flo, wo bist du? Ich muss die noch erschießen Warum? Ah! 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 Boah, was passiert eigentlich hier gerade? Ach, jetzt geht's schon wieder alles Alter, hier ist jetzt nichts runtergefallen Ey, 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 ey Helo! Das Flo... Ey! irgendjemand hat einfach was ausgemacht Hilfe Ich hab doch Angst im Dunkeln So, jetzt ist's verstorben oder so, das ist immer ein Krimnis Ja, aber... schade, man kann hier nicht Klavier spielen Wie auf der einen Möp so also ich mache jetzt und was heißt hat ich stehe ich stehe in der ecke und guck ins feuer mann ich hab so verkackt weil die waffen hier automatisch ja nicht nachladen das ist so mau sonst hätte ich hätte sich geschossen dann wäre es echt ein gutes ja das war wieder übereilt du hast auch gedacht zwar vincent wer ist das hier wird geschossen ich habe den typen gesehen aber ich weiß nicht wer es war es ist auch nicht paul doch ich habe mich nur erschrocken deshalb habe ich geschossen vor allem das beste ist paul ich habe mich sogar noch von tat aus weggenommen hingestellt hier unten da wenn du anheben ist nicht tot ich lebe ich habe paul getötet ist ja ein männliches leben hat ich war mir relativ sicher der terrorist hat mich auch erwischt durch den roter fern ich weiß nicht mehr ganz genau also wenn du hinter dem bist dann passiert nichts kommt man dann noch mal die leute mit dem magneto stick anheben rechtsklick und mit links klick kannst du so an eine wand fessel ich hab die clock lauf heribert lauf schlampe lauf äh heribert halt 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 heribert am besten am besten ist am besten ist vincent mit seinen 861 karma äh 91 hä was ich bin das nicht ich bin das nicht wer war das jetzt von euch das ich war das nicht oh gott wir stehen hier echt gerade zusammen was macht ihr denn was macht ihr denn hallo vincent 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 schießt auf mich vincent ist es du hast auf mich geschossen ich bin plötzlich auf die maus gekommen ich spiele hier sind schach ja aber er hat es nicht ausgemacht wer ich dann von euch holst ich glaube immer noch dass es vincent ist komm her wo ist er denn ich hab ihn verloren hier ist denn jetzt traitor hier ist kevin wo ist er denn na hallo ah ich dachte jetzt soll ein mob passieren ich dachte ach so ist ok wollen wir heribert erschießen ok warte aber dann musst du das licht aufs machen warte hallo ich kann das licht nicht ausmachen aah kevin was flo wer war es jetzt ich war es nicht ich war es nicht derjenige muss im keller sein keller was what the fuck es ist noch vincent hä ja es ist vincent ah das ist ja vincent hier von mir alter was ist denn hier er sagt doch die ganze Zeit wie sollte keiner vincent gemacht die habe ich die ganze Zeit nur gesucht wer hat denn hebe jetzt umgebracht hebele hebele ach so kam denn der thomas her echt keine ahnung wo kam der denn her er hat mich da runter angeschossen das war auch kevin ich weiß das war ich hebele hebele deshalb ich habe gedacht einer von euch beide ist da unten gestorben nein deshalb habe ich zu paul gesagt keller ich komme hier nicht raus disco pogo leute ja ich weiß ich weiß halt legit nicht wo du bist in irgendeiner zelle ähm ah warte mal einen moment ah kevin tja was machen wir jetzt er die tür geht nicht auf wie mies ist das denn das ist das ist wirklich mies du bist ja jetzt eingeschlossen tja flo was machen wir jetzt ja vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht ja ich weiß ah ich glaube ich weiß welche map da ah oh gott das ist die map warte mal bleib einfach mal genau stehen renne jetzt nicht rum ich möchte jetzt einfach mal die später stehen mal gucken ob das funktioniert naja das ist die map die hatten wir irgendwann mal ich glaube die hatten wir noch nicht auf aufnahme kam nicht durch ne ich glaube die hatten wir noch nicht auf aufnahme aber die hatten wir halt mal ja kann ich mach mal bitte na dann WELCH DRAUS HIER so leute ich hab keine ahnung wo ich bin ja das ist die scheiß map wo man sich ständig verläuft wenn ich auch keine waffe hier habe ey ja flo ich hoffe ich komm irgendwie wieder raus ey leute ist das entweder flo oder kevin ich wisse wo ihr seid why ich bin eingesperrt hallo danke wir haben ja auch alter what the fuck ist grad los ich glaube herbert ist es schon wieder schon wieder schon wieder ey bewahrst du so oft stimmt du warst heute wirklich relativ traitor hä hä das witzige ist ok ich hab jetzt ein zeichen gelassen ich geh jetzt auf wiedersehen what the fuck what the fuck what the fuck was passiert hier die web ist aber wirklich ziemlich groß oder was ist das ok ich bin drunter ok ah Kevin wer ist denn das ich geh ruhig zurück wer ist das alt eh ne alt eh genau ähm spannend äh died roughly er ist 1 minute 11 gestorben und eine mac 10 wurde genutzt ok merkwürdig ich glaube ich träume mal also vor komm komm sag komm � du findest ich will dir jetzt grad echt ne Chance geben ne Alter, weißt du, wie lustig das gerade ist? Wirklich in der Zelle nebenan stirbt Flo. Zwei Schritte weiter sterben, Paul und Effe. Und du hockst hier in der Zelle und keiner weiß es. Alter, wie geil ist das denn? Oh lol, warte mal, du kannst durchschießen. Ich habe bloß, dass kein Munition mehr weiß. Alter, wie geil ist das denn? Oh, das kannst du keinem erzählen. Alter, wie geil ist das denn? Kevin, der Witz dabei war, dadurch, dass die Granate hatte, konnte ich deinen Namen nicht lesen, weil ich ja nicht offizieren konnte. Ich hatte einen Disguiser, keiner konnte meinen Namen lesen, weil immer, wenn ich ihn nur umgebracht habe, bin ich halt ohne Name-Tag rumgerannt. Das mit den Zellen ist halt echt mies. Das ist wirklich mies, aber deswegen bin ich ja draußen rumgerannt. Ey, war das nicht das D-Map, wo wir gesagt haben, wir gehen nicht in die Hölle? Ne, das war eine andere, die hatten wir vorhin. War eine andere, ja. Warte. Ne, aber Flo, merkst du, ne? Ich bin ja weggegangen und bin in das geilste Ziel gekommen, aus dem ich Paul umgebracht habe. Ich hab nur gemerkt, dass ich alleingelassen wurde und dann auf einmal von meinem Befreierer getötet wurde. Ey, Leute. Ja, du wurdest freigelassen und bist instant gestorben. Vincenz, Alter, du bist so ein echt Junge. Aber woher wollte ich mich? Alter. Wer ist das Kerren nicht, oder das ist das? Alter! Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Aber nee, das ist das für das Weni. Hallo, Weni sucht. Weni, was hast du da für eine Waffe? Weni, was hast du da für eine Waffe? Good. die anderen und erinnern nur noch hat gar nicht die Leute konnten momentiert was passiert da oben was macht ihr da du kannst ein Konferenz weil du kannst du mit dem Bild zu stören sogar ist es gibt gerade in der in der Hölle zu es gibt nur ein paar aber da war ich noch gar nicht dass wir das gemacht aber solche anfang fangen wir mal an wo du geboren wurdest wie komme ich denn hier aus der hellüff wieder raus aber ich bin einfach ich war einfach da es ist ein zweifel ich sehe gerade ein netter portal aber ich ist jetzt nicht immer dahin kommen kann man wird denn hier paul der zunder teufel ja und mich immer anschuldigen dass ich alles in die zunde ich ja nicht rum ich gebe euch nur einen kleinen schubser in die richtige richtung ich bin hier oben hier ist das nether portal hast du eine ahnung wie man da reinkommt ich weiß wo das nether portal ist aber kann man den creeper irgendwie hier freilassen vielleicht ich will hier nur vorbei das blut ist hier irgendjemand runtergefallen geht gar nicht also hebe ist also wahrscheinlich der hatte jetzt schon wieder käme war schon mal nicht ich habe gerade hätte es einen stein kaputt gegangen ich bin immer noch in der hölle also ich bin verstehe das alles nicht nur versuchen einen ausgang zu suchen ja ich bin doch gar dabei du lebst doch ja paul ist traiter kevin ist hier aber vincent hebe ist denn tot ich hab's geschafft ich hab's geschafft nein hebe ist da in dem gang nee aber wo ist denn vincent ist vincent jetzt tot ich hab doch vincent verfolgt ich bin immer noch da sag ich doch jetzt ist doch gar keiner tot wieso kommt ihr jetzt darauf dass ich traiter bin wenn gar keiner gestochen ist aber das hat doch gar nicht gesagt aber hebe paul ist traiter ne 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 hebe sagt das nicht ganz klar ja und wen ist hier ey leute ich bin wieder da hi flo hi alter wo bist du er ist kaputt helfe ich bin grad aus der hölle gekommen ich mich nicht immer noch das ist eribel hört floh ist hier es geht es geht mit dem k warte 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 hier gibt's ne jukebox echt wo ich wills und du kannst aus der kiste kannst du ne cd holen äh ja ich hab ich hab jetzt eine cd äh ohm da fuhr grad ein creeper vorbei warte floh bist du das hier bist du was ich bin hier ich bin bei heribert das ist vincent, vincent das hört so vincent komm mal mit vincent komm mal mit hier guck mal heribert ist glaub ich tot ne doch nicht das ist heribert hier hier ist ein creeper der fährt rothmozu vorbei der creeper wo ist der creeper ja hier ja hier der fährt rum hier der creeper ich hab die jukebox glaub ich gefunden Kevin ja ich hab da zieh'engemacht und so angemacht kann ich mich auf die stelle stellen geht das was meinst du mit der creeper jetzt mal her oder was nee dic** das ist der creeper somit steht hätte ich jeder recht eingesperrt schon Thinking na da ist es kein telt ist das chúng tauchst dann war noch grad eine Waffe da ist jemand drin helfe da wurde jetzt jemand erschossen ne granule wie bei mir ha Ich komm hin, ich komm hin. Na, Vincent. Hier, ich warte die ganze Zeit auf den Creeper, dass der mal vorbeikommt. Du, Vincent, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Der Creeper, wie lange braucht der denn hier? Moment, Moment, Hebel, zu Zeichen des guten, des guten Willens. I didn't order a Creeper. Oh. Oh, fuck. I didn't order a Creeper. Oh, hallo Heribet, geh mal da lieber weg. Heribet, geh da weg. Das bin ich, Paul. Okay. Du Zünderteufel. Wieso bist du, wieso bist du, wieso bist du hurt? Weil ich mir einfach runtergefallen bin. Hui. Okay. Hey, was, ich bin hier. Oh Gott. Hilfe. Alter, Paul. Das war ich wirklich nicht diesmal. Also diese Granate. Boah, Alter, nee, das ist mir zu viel hier. Das ist, das ist, nee, irgendwer folgt mir, das ist Heribet. Wieso folgt mir Heribet eigentlich? Nein, 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 das ist Kevin. Heribet, folgt mir wirklich, wir tanzen hier. Hat Vincent dich schon wieder in irgendeine scheiß Zelle gesetzt? Nee, nicht so gut. Wo ist denn der? Was? Spin to win? My friend. Ach, verdammt, ich komm nicht mehr raus. Ich bin raus. Wo bist du? Flo schießt auf mich. Was, Flo? Flo hat uns hier geschaffen gerade. Also ist Flo jetzt weiter, oder? Flo zielt immer noch auf mich. Die Map ist viel zu groß. Darf ich das mal sagen? Wer ist denn da oben? Was kann sein? Nein, hier unten. Ich sehe gar nichts mehr. Ich bin echt, das war echt... Das war echt... Ich weiß nicht, wie ich in die Hölle gekommen bin. Das war echt kacke. Ist das vielleicht gespawren, das ist unmöglich. Nein! Ich bin nur draußen. Hey, Vorsicht. Hey, hey, hey. Hast du ne bunte Box angeklickt? Nein! Ich hab gar nichts angeklickt. Ich stand auf einmal in der Hölle. Und dann hab ich echt übel lange gesucht. Und dann hab ich irgendein komisch Twitter-Raum gefunden. Da hab ich alle Knöpfe gedrückt. Da sind Sachen passiert. Und dann... ... L halten vid. Du hast meine Leute von der Hölle verloren.